moin moin leute und willkommen zu einem neuen video genau heute zum update video und ich hoffe heute kommt endlich das neue gebiet aus und es ist rausgekommen wie ich hier sehe bei den news ab in den wald hallo eine gruppe jörg rangers bereitet sich darauf vor in den riesigen wald nördlich von nebel voll zu reisen die wildwoods macht dich bereit für ein brandneues abenteuer in einem neuen gebiet in den mysteriösen wildwoods verbergen sich viele geheimnisse mehr gameplay und weitere erweiterungen des gebiets werden im laufe der zeit veröffentlicht fröhliche pferdewoche um es dir einfacher zu machen dich auf die neue reise zu begeben schenken wir dir eine kostenlose stahlhilfe für sieben tage so ist es dafür gesorgt dass all deinen fähnen in ganz wochen lang blenden geht oh mein gott geil in den wildest witsch eine neue gruppe jörg rangers geht auf eine expedition du kannst gerne mitkommen geplant ist eine reise zu den zu einer alten ranger station nördlich von nördlich von nebel fort am rande der am rande der riesigen wildwoods dort viele legenden über die wildwoods machen diese reise noch spannender war sind das alles nur märchen oder laut tatsächlich die gefahr hinter der nächsten ecke auf deinem weg durch den anwalt den nur wenige menschen jemals betreten haben traust du dich in die wildwoods zu rein so wir sehen jetzt hier schon die bilder das sieht so ähnlich aus wie in dem trailer jetzt schon mal cool aus trifft ranger rogan nova astrid tyra in etern und josef an der ranger stationen nebel voll um deine reise zum außenposten redwood point zu beginnen spring mit alonso er zeigt dir wo du hin musst okay um dich den rangern auf der reise nach in die wildwoods anschließen zu können muss dann star weiter sein nebel voll freigeschleitet haben und mindestens level 16 reicht haben außerdem musst du die quest abgeschlossen haben bei der du nach den dann wahlen mit rania sprichst okay ja heißt ich kann die erstmal nicht machen aber da kommen wir gleich noch zu wenn alles so weit ist wird die ranger station von redwood point ein wichtiger ort für dich in ball das wird hier kannst du dann deinen heimatstall errichten coole ranger reitausrichtung kaufen und heißt ballon nutzen um andere gebiete jörg zu erreichen coole idee einer neuen lustigen fotosammelaktion mitmachen zusammen mit dem plüschtier brissi zwei tolle neue rennen ausprobieren ein springreiten rennen und ein orientierungsritt ausforderung genau und es gibt halt neun im bodenstab genau dann wollte ich euch noch zeigen hier es gibt 20 prozent star weiter rabatt mal wieder genau und ich werde mir wahrscheinlich star weiter holen heißt ihr werdet schon sehr bald dann genau sehen wie ich wild woods erkunde dann möchte ich mir es aber trotzdem noch mal angucken wie es jetzt aussieht ob es irgendwas neues gibt auch für nichts da weiter oder ob es nur für star weiter neues gibt ja genau und dann gucken wir mal nach nebel vor man sieht hier schon das neue gebiet dann gehen wir da einfach mal gucken also ich erwarte jetzt nicht ich bin schließlich kanzler arbeiter und jetzt gucken wir uns erst mal an wie das gebiet aussieht oder die ecke einfach genau und wenn es klappt kann ich euch dann auch noch in den nächsten tagen ein video von wild woods zeigen vielleicht auch ganz schön dann habt ihr ein bisschen spannung wenn ihr die quest selber machen könnt genau ich finde es halt schade dass wieder nichts fürs nichts da weiter gibt man hätte vielleicht machen können irgendwie dass man das drei tage oder sowas mal darf dahin darf das wäre ja möglich gewesen hätte ich eigentlich ganz nett gefunden von denen aber nein müssen ja immer geld verdienen ja dann gucken wir mal weiter genau okay dann gucken wir uns mal den eingang dorthin ein wie man sieht auf jeden fall da sind inzwischen sehr viele leute haben nicht sehr viele aber schon einige die sich das dort anschauen genau und die leute können einfach durch es ist fies ich will hier auch wollen aber ich kann nicht okay ja wie gesagt ich werde mich später noch mal melden ob ich jetzt da habe oder nicht genau dann bis zum nächsten video und ich hoffe ihr schaltet demnächst noch mal ein und dann bis zum nächsten video und dann bis zum nächsten video und dann bis zum nächsten video